Mein Name ist Jan Behrens. Ich bin 45 Jahre alt und in Lütterkusen, wie man hier sagt, aufgewachsen. Ich bin seit über 26 Jahren bei der Stadtsparkasse Remscheid beschäftigt. 25 Jahre davon bin ich hier in der Geschäftsstelle Lüttringhausen tätig. Ich habe Kollegen kommen und gehen gesehen, Umbauten mitgemacht und über die Jahre natürlich auch viele Kunden kennengelernt. Kunden behaupten, das macht den Reiz meiner Tätigkeit aus. Wenn du vorn am Schalter stehst, der Kunde kommt mit seinen Sorgen und Wünschen, du darfst ihm zuhören und ihm weiterhelfen. Wichtig für mich ist das angenehme Arbeitsklima bei uns in Lüttringhausen. Es ist ein gutes Gefühl für die Lütterkuser da zu sein. Und wenn ich mal gefragt werde, Jan, möchtest du mal was anderes machen? Nein, sage ich dann. Der Job erfüllt mich und ist genauso das, was ich immer machen wollte. Die Sparkassenfiliale ist im Laufe der Jahre ein bisschen zu meinem zweiten Zuhause geworden. Wir sind heute im Rathaus Ehrung vom Schwimmer Hannes Schürmann. Ein besonderer Tag für ihn und der Herr Oberbürgermeister Burkhard Mastweiß auch bei uns. Hannes, Paralympics Rio, du warst da und heute der Eintrag im Goldenen Buch der Stadt. Was bedeutet das für dich? Das ist eine sehr große Bedeutung für mich. Auf jeden Fall hat das so den Lohn für die letzten Jahre Arbeit für mich gegeben. Für die Stadt glaube ich auch wichtig, dass man Sportler wie Hannes hat, wo man auch sagen kann, toll, dass es die gibt, oder? Es ist in zweierlei Hinsicht eine gute Sache. Es ist nach innen gut, weil das ist Anreiz für andere und Hannes ist damit Vorbild für andere Sportlerinnen und Sportler und zeigt, dass Spitzensport in unserer Stadt möglich ist. Und es ist nach außen gut. Hannes macht gut Werbung für Remscheid, denn er tritt ja als Remscheider auf. Und das zeigt auch allen anderen in unserer Republik und bei den Paralympics eben weltweit, dass ein Sportler aus Remscheid so gut ist, dass er an den Olympischen Spielen teilnimmt. Und das finde ich eine klasse Werbung für unsere Stadt. Wir hatten ja vor den Paralympics dieses längere Interview geführt, wo du ja so einige Sachen erzählt hattest, worauf du dich freust. Neben dem Wettkampf hast du so alles eigentlich in Rio erleben können, was du dir vorgenommen hattest, neben dem ganzen Sport? Ich glaube schon, dass ich alles erlebt habe da. Aber das Heizziehen, dafür war leider keine Zeit und da war die Zeit ein bisschen zu knapp dafür. Und deine Mutter hatte ja die Sorge, dass du dich nicht meldest. Hast du dich eigentlich zu Hause während Olympia mal gemeldet? Eher weniger. Ich glaube, ich habe mich gerade mal zweimal oder so gemeldet. Also es blieb nicht so viel Zeit, um sich mal zu melden und ich wollte halt auch mal meine Ruhe haben und das alles genießen. Ja, wenn man das hört, dass er in Rio sein durfte, wenn man von Olympia spricht, du bist ja sportbegeistert, sportinteressiert. Wie ist das, wenn man das dann so hört und mitkriegt, was er so alles erlebt hat? Ja, erstmal, dass er nicht zu Hause angerufen hat. Ich sage als Vater immer, wenn Sie sich nicht melden, ist alles in Ordnung, das ist eine gute Nachricht. Es ist schon spannend zu erleben, aber wenn man das sich dann mal auch anhört, wie viel Vorbereitungszeit das Ganze bedeutet, wie wenig vom Privatleben übrig bleibt, wie viele Stunden er tagtäglich im Wasser, im Kraftraum unterwegs ist, wie viel Fahrerei er mit in Kauf nimmt, neben Schule in der Vergangenheit und heute Beruf, das ist schon nicht nur aller Ehren wert, das ist schon eine klare Entscheidung, die man treffen muss, die Hannes getroffen hat als Spitzensportler. Es ist natürlich dann auch faszinierend zu erleben, dass dann jemand auch wirklich an der Spitze ankommt. Denn zu den Olympischen Spielen fährt nicht die Hobbysportlerin oder der Hobbysportler. Da fahren nur diejenigen hin, die national und damit auch international Spitze sind. Und das ist schon etwas, was mich fasziniert, das miterleben zu dürfen. Ich kenne den Hannes nun schon seit vielen Jahren, wir haben uns bei vielen Veranstaltungen gesehen, des Öfteren auch bei der Wahl zum Sportler des Jahres, hat er auch da eine gewisse Übung, nicht nur auf der Bühne zu stehen, sondern auch Ehrung entgegenzunehmen, weil er in den letzten Jahren immer ganz weit vorne war. Zurecht, nach meiner Meinung, da haben die unterschiedlichen Juries gut Entscheidungen getroffen. Ich finde es klasse, was er macht und würde mich freuen, wenn er 2017 als nächstes Ziel sich für die WM in Mexiko qualifiziert. Auch da wird er wahrscheinlich dann wieder erleben, dass das Sightseeing zu kurz kommt. Aber ich habe ihm ja vorhin schon mal gesagt, es gibt eine Zeit nach dem Leistungssport und dann würde ich ihm sehr wünschen, dass er all die Länder, die er als Sportler besucht hat, von denen er wenig gesehen hat, dann als Tourist nur mal in Ruhe sich anschauen kann. Genau, das ist das Interessante. Rio, Olympia, also das hast du dir jetzt erfüllt, den Traum. Nächstes Jahr als Weltmeisterschaft, 2020 wäre nächstes Olympia in Tokio. Sind das jetzt so Zielsetzungen für dich oder musst du dich jetzt auch mit Ausbildung und Beruf erst mal darauf konzentrieren? Ich denke, jetzt liegt erst mal der Fokus auf der Ausbildung. Es muss sich halt erst mal gucken, ob es das eins spielt, ob das alles noch passt mit dem Leistungssport und mit der Ausbildung und dem Beruf und das muss ich halt erst mal abwarten, ob das überhaupt möglich ist, dann noch den Leistungssport auf so einer hohen Ebene auszuführen. Das muss man halt einfach jetzt abwarten in den nächsten Jahren und da will ich jetzt auch keine überhasteten Entscheidungen treffen. Dankeschön euch beiden für dieses Gespräch. Nochmal Glückwunsch zu Rio. Ein Traum auf jeden Fall erfüllt und wir werden es weiterhin verfolgen. Hannes Schürmann, unser Remscheider Schwimmer, der weiterhin Remscheid in die Welt hinausträgt.